Wenn man in der Kosmonauten-Mannschaft aufgenommen wird und über die Außerirdische Erzählung, dann wird man eigentlich sofort suspensiert. Für gewöhnlich diejenigen, die über UFOs oder über die Außerirdischen sprechen, das sind Veteranen der Weltraumfahrt. Ja, wie gesagt, wir haben auch... Ich kann Ihnen selbst, was mich betrifft, über die Außerirdischen nicht erzählen, aber wir haben genug Außerirdische auch bei uns auch hier. Zum Beispiel, Sie stehen auch an irgendwelchen Kneipen rum oder so. Je später der Tag, desto mehr Außerirdische kommen raus. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.